Musik Ich bin Matthias Zweier, ich bin aktuell Kreissprecher der Wirtschaftsunion an Bamberg und selbstständiger Unternehmer. Ich bin selbstständiger Finanzplaner, das heißt, ich übernehme Verantwortung für meine Kunden, dass sie in jeder Situation ausreichend finanzielle Mittel haben und auch bei unplanbaren Ereignissen eben gut versorgt sind. Als Kreissprecher habe ich die Aufgabe, den Kreis zu repräsentieren nach außen und den Kreis zu steuern. Meine Motivation ist der Austausch unter vielen Gleichgesinnten. Man kann sich persönlich weiterentwickeln und seinen Horizont dementsprechend erweitern. Ich denke, es ist eine einfache Möglichkeit, viele junge Unternehmer und Führungskräfte kennenzulernen und so eben die Netzwerke dann zu leben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020